Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Expertengremium skizziert Kurz-Lockdown, Jarasch fordert Vorkaufsrecht zurück und Gorillas torpedieren Betriebsratswahl. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 11. November. Ein Expertengremium schlägt einen Kurz-Lockdown für den Fall einer akuten Überlastung des Gesundheitssystems vor. Die Gruppe, zu der unter anderem Virologin Sandra Zizek gehört, skizziert in einem Papier, das derzeit vorliegt, entsprechende Maßnahmen als Notschutzschalter. Der Lockdown sollte kurz, aber intensiv und effektiv sein und unter anderem Schließungen von Geschäften, Gastronomie, Homeoffice-Pflicht, eine engmaschige Testpflicht und deutliche Reduktion von Kontakten enthalten. Die Forscher erwarten eine Verschlechterung der Lage. Auch aktuell diskutierte 2G-Regeln reichen aus ihrer Sicht nicht aus, da sie kaum Ansteckungen im Privaten verhindern. Ab Montag gelten in Berlin strenge 2G-Regeln. Das hat der Senat Mittwochabend beschlossen. In zahlreichen Bereichen haben Ungeimpfte über 18 Jahren künftig keinen Zutritt. Dazu zählen Gastronomie, Kultureinrichtungen, Sportstudios und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. In Freien gilt ab 2000 Teilnehmer 2G-Pflicht. Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch fordert von den Ampelfraktionen im Bund, die Rechtslage beim Vorkaufsrecht zu klären. Sie erwarte, dass der Bund Berlin das Vorkaufsrecht wieder an die Hand gibt. SPD und Linke unterstützen den Vorstoß. Die Vorkaufspraxis wurde jüngst vom Bundesgericht für teilweise rechtswidrig erklärt. Das Berliner Lieferdienst Startup Gorillas geht gerichtlich gegen die Gründung eines Betriebsrates im Unternehmen vor. Wie der Spiegel berichtet, will Gorillas beim Berliner Arbeitsgericht den sofortigen Abbruch der Ende November geplanten Betriebsratwahl erwirken. Das Startup beruft sich auf angebliche Formfehler. Die Corona-Pandemie hat die Mieten im deutschen Einzelhandel bei Neuvermietungen deutlich sinken lassen. Das geht aus einer Studie des Immobilienverbands IVD hervor. Demnach brachen die Mieten vor allem in Metropolen ein. In Berlin sanken sie um 12 Prozent. Deutlich um 20 Prozent gestiegen ist dagegen die Leerstandsquote im Einzelhandel. Berliner sind im bundesweiten Vergleich die unglücklichsten Deutschen. Das geht aus Umfragen des sogenannten Glücksatlas, der am Mittwoch vorgestellt wurde, hervor. Grund sei Corona. In Berlin gibt es einen besonders hohen Anteil an Selbstständigen, die von den Einschränkungen der Pandemie besonders stark betroffen waren. Beim Corona-Testanbieter Schnelltest Berlin waren durch ein IT-Lag sensible Daten von Hunderttausenden Getesteten aufrufbar und Testergebnisse manipulierbar. Die Sicherheitslücke wurde vom IT-Kollektiv Zerforschung aufgedeckt. Schon mehrfach wiesen die Hacker ähnliche Probleme bei anderen Testanbietern in Berlin nach. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause findet das Berliner Sextagerrennen im Februar 2022 wieder statt. Das gab der Organisator am Donnerstag bekannt. Vom 8. bis zum 13. Februar sollen mit 2G-Regel die 110. Ausgabe des Six-Day-Radrennens im Velodrom stattfinden. Derzeit sind 6000 Zuschauer am Tag geplant. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Donnerstag 2873 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz zeigt rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 263,4 Berliner infiziert. Die Krankenhaus-Intensivbetten sind zu 12,9% mit Covid-Patienten belegt. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Freitag wird überwiegend dicht bewölkt, aber trocken. Der Freitag zeigt sich dann überwiegend sonnig und wolkenlos bei Höchsttemperaturen von 10 Grad. Am Samstag erwarten uns ab Mittag anhaltende Regenschauer. Der Sonntag zeigt sich bedeckt und wieder trocken bei Höchsttemperaturen von 8 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.